Egal wie du aussiehst, egal wer du bist, du kannst attraktiv wirken und sie erobern. Das ist möglich, wenn du diesem Leitfaden folgst. Und dazu bekommst du jetzt einen Satz, der unglaublich attraktiv auf Frauen wirkt. Also sagst du ihr dann, erzähl mir etwas von dir, was ich noch nicht weiß. Wenn sie dir jetzt etwas über sich erzählt, dann will sie dich nicht mehr verlieren. Dann wird das einschlagen wie noch was. Du findest sie umwerfend, aber du bist noch nicht ganz von dem Charakter überzeugt. Und ohne hier ein großes Tantan draus zu machen, diese geheime Zutat ist, wenn du wählerisch bist. So wie er, er, er und er es erfolgreich gemacht hat und sie darum mit ihm zusammen sein wollte. Wechsle von der Informationsebene in die Persönlichkeitsebene. Information ist alles, was langweilig ist. Alles, was irgendwelche rationalen Zahlen, Daten, Fakten mit sich trägt, die wir zwar meinen, wissen zu müssen, um Smalltalk zu betreiben, aber wirklich keinen emotionalen Mehrwert bringen. Die Persönlichkeitsebene ist die Ebene, auf der wir uns kennenlernen können. Aber die Persönlichkeitsebene ist die Ebene, in der es knistert. Ist dort, wo Gefühle sich übertragen werden, weil ihr euch aufgrund eurer Persönlichkeit kennenlernt. Stelle hier in einem Nebensatz eine Frage über sie selber. Etwas, das ihre Werte überprüft. Zum Beispiel, wenn dir wichtig ist, dass sie ein großzügiger Mensch ist oder dass sie für ihre Freunde gerne mal einen Gedanken weiterspinnt, um ihnen eine Freude zu machen. Dann stelle die Frage, was war das schönste Geschenk, das du einer Freundin oder einem Freund schon mal gemacht hast? Und wenn du die Sorge hast, dass diese Frage viel zu sehr aus dem Nichts geschossen kam und das Ganze dann komisch werden könnte, dann sprich den Elefanten im Raum an und sag ihr ganz einfach, ich weiß, die Frage kam gerade völlig aus dem Nirgendwo. Ja, keine Ahnung, interessiert mich einfach. Was waren das schönste Geschenk? Sie darf sich dann ruhig etwas ins Zeug legen. Vielleicht sogar mehr als du. Eben damit sie denkt, okay, der Kerl, der ist irgendwie anders. Wenn ich hier einen Fehler mache und das Falsche sage, dann habe ich das Gefühl, dann wird er mich nicht mehr mögen. Und sie denkt dann, ich muss mich für ihn ins Zeug legen. Das Ziel ist nicht, dass du die Frau am Arbeitsplatz eroberst. Das Ziel ist, dass du Frauen grundsätzlich mehr auf Augenhöhe begegnest. Du bist nicht schlechter als sie. Sie sind nicht heiliger als du. Frauen sind wunderschön. Sie sind ein Geschenk. Aber das bist du ebenfalls. Und nicht jede Frau erfüllt bestimmte Bedingungen für eine Beziehung. Schweige denn dafür, dass du sie überhaupt noch mal sehen willst. Also stell ihr Fragen, um ihre Werte herauszufiltern. Bekomme immer wieder positive Resonanz für unsere Podcast-Folgen, wo wir genau darüber noch viel mehr ins Detail gehen. Also wenn du noch viel mehr konkrete Tipps haben möchtest, dann hör dir doch mal oder schau dir diese Podcast-Folgen hier an. Du darfst Frauen schamlos verehren. Erst recht, wenn du dich mit ihr auf ein Date verabredet hast. Dann darfst du ihr auf dem Date auch sagen, dass du sie wunderschön findest. Vielleicht sogar, dass sie in diesem Moment für dich die schönste Frau auf der Welt ist. Ja, auf einem Date zum Beispiel, wenn der Moment sich gut anfühlt, dann darfst du ihr einfach so sagen, jetzt gerade bist du die wunderschönste Frau auf der Welt für mich. Ja, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht irgendwann, wenn du mich verlassen hast und mit einem anderen Mann glücklich bist. Aber jetzt gerade will ich nirgendwo anders sein als bei dir. Gerade hier. Und nein, nein, es kommt nicht bedürftig rüber, weil ich gesagt habe, dass sie mich irgendwann verlassen wird. Nein, du hast gesehen, dass es mir egal war, dass ich völlig okay damit wäre, wenn sie mich verlässt. Genau das ist attraktiv. Sie weiß, dass du sie begehrst, aber sie weiß auch, dass sie dich noch nicht in der Tasche hat. So, jedermann hat diese Fähigkeit. Völlig egal, ob groß, klein, Angestellter oder Chef. Du kannst das auch lernen. Hier ist eine kleine Wahrheit. Wenn du sie siehst und ansprichst, dann weiß sie sowieso, dass du auf sie stehst. Völlig egal, ob das im Büro passiert, auf der Arbeit, beim Laufen, beim Spazierengehen, beim Sportmachen oder im Park, ein Buch lesen siehst. Frauen haben so einen feinen Riecher. Die wissen ganz genau, was deine Agenda ist. Auch wenn du sie fragst, hey, wo geht's denn hier zum nächsten Café? Oder hast du mal die Uhrzeit? Oder im Büro? Na, wie waren die Quartalszahlen? Dann weiß sie, dass du sie magst. Sie ist nicht bescheuert. Also wenn du das versteckst, wenn du versuchst zu verheimlichen, dass du auf sie stehst, dann wird das Ganze einfach nur hinausgezögert. Und es wird noch komischer werden, wenn du ihr dann schließlich zeigst, dass du auf sie stehst. Wie es bei den meisten Männern abläuft, wissen wir ja. Wir haben es ja selber erlebt. Sie zeigen ihre Bedürfnisse nie und landen in der Friendzone. Und darum ist es meine Pflicht, dir genau diese Zutat jetzt hier mitzugeben, so dass sie bemerkt, dass du sie magst, dass du sie vielleicht sogar schamlos verehrst und ein Romantiker bist und gleichzeitig, dass sie Interesse für dich entwickelt. Warum bin ich seit neuneinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen? Darum haben ja unsere Männer so viel Erfolg, die richtige zu finden. Also hab keine Angst. Hab ein Vertrauen darauf, dass du ein Mann bist, der sich der Wahrheit verschreibt. Das ist deine Pflicht. Die gute wie auch die schlechte Wahrheit. Wir werden vielleicht kein Paar werden und das ist okay. Aber ich sollte wissen, was für ein Mensch du wirklich bist. Diese Frau, die du magst, die kannst du auch erobern. Und du kannst das Selbstvertrauen Schritt für Schritt aufbauen, so dass sie von dir verzaubert wird. Und wenn du von uns kostenlos einen Leitfaden möchtest, dein Charisma für dich zu finden und zu nutzen, dann bekommst du deine kostenlose Flirty.Charisma-Analyse. Den Link findest du in der Beschreibung oder hier.